Das Thema, was ich reden wollte, ist, alle haben Angst, wir auch. Hallo, ich bin der Stefan Beize, Missionar, zusammen mit meiner Frau Carina in Buenos Aires. Gerade gestern las ich diesen Titel in einem Nachrichtenmagazin. Es hatte mit dem traurigen Krieg in der Ukraine zu tun. Und natürlich haben wir die Nachrichten von der russischen Invasion gesehen und es hat uns erschüttert. Wenn man die Bilder oder Videos von den Bomben einschlägen, von den tausend, aber tausend Flüchtlingen sieht, die versuchen, über die Grenzen nach Westen zu kommen. Oder wenn man gar Bekannte oder Verwandte dort hat. Da kann man richtig mitfühlen, wie es ihnen wohl ergehen muss. In den Gesichtern steht die Angst geschrieben. Und uns würde es nicht anders gehen. Wenn wir so etwas durchmachen müssten. Vielleicht haben wir sogar Angst, dass dieser Krieg bis nach zu uns kommt. Dazu können noch viele andere Ängste erscheinen mit verschiedenen Ursprungen. Was können wir machen? Natürlich können wir selber nicht den Krieg verhindern. So wie auch vieles andere, was in unserem Leben auf uns zukommt. Auf einmal stehen wir vor einem großen und für uns vielleicht unabwendbaren Problem. Wohin können wir uns wenden? Die Antwort hat unser Herr Jesus gesagt. Solches habe ich zu euch geredet, auf das ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Neben den Schwierigkeiten und Problemen, die jeder Mensch hat, die Realität in einer Welt zu leben, die immer antichristlicher wird, bewirkt, bewirkt natürlich, dass der Gläubige auch immer mehr Quellen von Anfechtungen und Leid haben wird. Dies darf uns aber nicht entmutigen. Es gibt einen Trost. Und es gibt Hoffnung. In Jesus Christus können wir Frieden haben. Im Gegensatz der Bannigkeit, der Angst und der Trübsal, die diese Ereignisse produzieren, finden wir die Hoffnung. Aber dies ist nicht irgendwelche Hoffnung. Im Alltäglichen bedeutet Hoffnung eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenwertes eintreten wird, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Zum Beispiel, wenn jemand ein großes finanzielles Problem hat, sagt er vielleicht, oh, ich hoffe, dass es bald eine Lösung gibt. Wenn jemand krank ist, könnte er vielleicht sagen, ich hoffe, das geht auch bald vorbei. Diese Hoffnung ist nicht mehr als ein Wunsch und manchmal nur eine Illusion. Aber von der Hoffnung der Ungläubigen sagt die Bibel, dass sie verloren sein wird. Sie haben keine Hoffnung. Sie sind ohne Gott in dieser Welt. Und gegenüber dem Tod, sagt Apostel Paulus von ihnen, dass es solche sind, die keine Hoffnung haben. Das Konzept der Hoffnung in der Bibel für den Gläubigen beinhaltet nicht ein von uns selber generiertes Gefühl. Es hat auch nichts mit Illusionen oder unberechtigter Optimismus zu tun. Die Hoffnung der Christen basiert sich auf das feste Fundament des Charakter Gottes und seinem Wort. Diese Gedanken gebraucht auch Hiob, als er sagte, siehe, auch wenn er mich umbringt, warte ich auf ihn. Das hebräische Wort, was hier gebraucht wird, bedeutet so viel wie ein langes und geduldiges Warten, trotz Verzögerungen, Enttäuschungen. Es ist eine Hoffnung, die sich durch eine herrliche Erwartung gestärkt sieht. Wir wissen, dass Gott unsere Norddorf ausfüllt und seine Zwecke erreicht. Er liebt die Seinen und er hat alles unter Kontrolle. Das Gegenteil von solch einer Hoffnung ist natürlich Angst und Bange. Also wenn sie diese Hoffnung noch nicht haben, kommen sie zu Jesus. Er wird sie nie enttäuschen.